was geht ab liebe leute und willkommen zu einem neuen let's play auf meinem kanal und zwar spielen wir heute fifa 17 es ist nur ein kleines angezockt ich habe das spiel noch nicht gekauft heute ist nur ein special guest bei mir dabei er sitzt gerade neben mir und zwar wie heißt du michael was geht leute heute bin ich bei meinen cousin der sorg und ja wir wollten eine runde fifa zocken und ja dann schießen wir mal los in gala ja wir ansehen ja er hat seinen fifa mitgebracht er hat gesagt er will mich zerstören ich glaube ihm sogar dass nämlich zerstören wird ich bin so eine flasche in fifa ja wir werden ja noch sehen das einzige was er zockt ist fifa und das einzige was ich nicht so ja vielleicht hast du ja den sogenannten anfänger glück ja ja sowohl kein schenken ist das beide teams hier alles mit downgrade zimmer halter voll downgrade das wird ja noch spannend okay okay ich hoffe das wird geil aber ich muss noch was machen ja man was in trug als auswachsen in schade wie der kommentator ist nennt ja ich kriege immer nach vielleicht sechs minuten ja sechs minuten ist akzeptabel dann schießen wir mal los ja ich bin ich bin der rote also mit dem roten pfeil ja ich bin diese komischen spiele hier ja ja wenigstens mal was neues ja kommen können wir anfangen ja die fans sind bereit wir sind bereit sie zu hause hoffentlich auch und leute gibt mal feedback wollt ihr davon mehr sehen wollte dass ich mir das auch kaufen und dass ich dann vielleicht gegen ihn öfter spiele koops saison und so alles mögliche wenn ja dann das feedback da schreibt in die kommentare ja dass ihr wollt und so ich habe auch eine place und ja dann dann würden wir auch dann würden wir auch ich bin ja ja die die europapokal da es genau das dazwischen und das war scheiße die jahre jetzt wirklich erwartet von mir keine skills aber von ihm könnt ihr ruhig was erwarten top spieler auf die war sagt sei es die scheiße was für ein ding um mann der ich will so scheiße die haare Klapp aber wenn wenn wir einzigen 1 COD Spielern zu tun die Reaktion die ist nicht so mein Ding aber das war es okay ja und einigen umgekehrt aber trotzdem wenn ihr wollt dann bringe ich auch nur hängt von euch ab ich habe gesehen im Placys Store die sich versetzt sind jetzt für 22 Euro wie ich mir gönnen dann kann man auch mal sie müssen ja auch dann kann man auch mal hier so haben wir so aufnehmen ja ich hatte schon immer vor mit dem aufzunehmen aber es war der erste Gedanke mein Cousin hohen forsten wird es denn reingemacht durchsetzt ja 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 wenn wir machen dann machen wir es dann kommt das auch online aber ja mal gucken ob wir Bock haben mehr mit der Fahrt von beiden Teams sind jetzt nicht so die besten ja das hat eine gute Gelegenheit können aber jetzt ist er bei uns vorerst ziehen und er hat das ist so sehr gut auch der Wiesung gewesen in der Steine kommen dies war ja klar ist es nicht rechtfertigt vieler ist bei der Klin doch fast die Städte dann könnten sie die Defensive überraschen Prozent die Lastenball und Gegner auf die Spieler sind einfach so sicher kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen Kölneste Topal die Taka zack den Papa nur um den Verkacken so weiter Sie sind geduldig und warten auf die Lücke der Mann der GF das macht der Mann ganz gut und ich will ihn in den Ball ich komme nicht raus jetzt leider und gar mehr die Stoia ja schon trainiert mehr aber die Leute waren mein Mann mit rabona flanke normal ist das ist ich krieg keine karte was für die lag alter das hier ist auf jeden fall auf meiner seite zu können um wie sie für ihn was ich glaube der macht nicht mal ernst nachdem sie nicht kommt jetzt spielen wir eine runde COD der dritten und hier ist um einen langen die so lange wir können wir aufs 3 zocken ich hatte das Spiel wäre es leider hast du kommen das ist doppelspringen so wichtig dass er hier an dem Weg drei Mal spielen einfach für sich zukunftsscheiß sein seit dem Szenen ich hoffe die bringen in einem Liebhaus hat wieder raus jetzt vor allem an der Knie will hier mal eine Idee zu entwickeln sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch komm mir jetzt muss man was kommen von mir mein Cousin also wir zocken selten zusammen in einem Raum und so wie hier jetzt einfach über 100 Kilometer weiter entfernt von mir wir besuchen uns manchmal aber wir sind Businessmänner sehr beschäftigt so beschäftigt dass ich sogar zeit für YouTube über und Freistoß was scheiße Nein er zieht die es Freistoß Profi es ist leider so macht nein also an mit 10 ein paar Jahre hat er der Sade der Sade es sind leider in der Verlagsamung ich werde mir jetzt schon ein paar Namen wie soll ich den nennen ultimative Zerstörung von jetzt gehen immer wieder jetzt ist er natürlich und der Freistoß war schon so ein Schmack ist mehr ich kann das nicht bei 17 aber bei 16 und den früheren konnte ich das 3 Meter und so ein Ding so schwer geworden ist an die Standards da hat sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen und die Entfernung war zu groß das war zu schossen ja mehr oder weniger es versucht den Mann abzunehmen und dann wird das gespeichert so ist das 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 Barcelona ich ziehe nicht so ganz aber besser als mit allen anderen das mit dem Team kommt am besten klar bei Barcelona ich mache mal diese Tick-Tacka Taktik und Flanke Reintor klappt auch am besten mit dem der Mann kommt die zweite halbzeit und sie müssen mehr kommen er von mir bestimmt nicht mehr ich habe das einmal nicht zu scheiße die Schreie bisher ihr seid ihr wollt bei der ich frage ich doch so viel vor wenn ich jetzt mit Prozent Freude noch ich habe nicht mal 17 und er hat noch 16 er ist das Schäme Fremdschämen das ja aber wie gesagt ich kaufe mir das vielleicht auch sehr sie bringt es in jedem Monat so geile angeboten durch Deutschland vor fast 600 Gigabyte schon verbraucht auch auf der Stelle sehr gut ich nehme euch verbrauchen so viele andere Anwendungen so kommen da muss er es kommen hier 3 3 Klasse Tore hohoho Enthängige Alter der One-Eye was ist das Destroyer oder was Scheiße mh mh hohoho was man das Zempf und Tschüss manch boah naja ich bin scheiße Boah Boah Alter der Traum hat sich ganz ausgewollt ach ja ne Für Czli ergeben die noch irgendwie kein wert drauf leider oder immerhin war durchgekommen kommen den hast du ja genau der Beifahrt ach komm bock scheiße einfach und jetzt noch ein Konkurrentes Bochum noch ein Konkurrentes komm Leute komm hier scheiße er kommt durch ich hab wach scheiße ja aber er kommt nicht durch nun Robin van Persien komm von Breschen die hast du ja noch Volker ich finde ja klar er kann nicht durch den Pass aber ich hätte ich hatte schon mir vorgestellt weiter und so um sie konnte mir nicht ließen richtig hart gefehlt er hatte er kann dass ich weiter jetzt mehr zu brauchen nein er hat er hat er hat sich vor Ort und ich heiße er hat ein n er hat er hat er hat er hat sich aber noch er hat er hat er hat er hat ja nicht kommt erste minute eckmann und so okay was war das denn aber kommen jetzt kommen wir durch wir haben ja gar keine power mehr mensch dass man gleich auswechseln abgefangen jetzt mit dem angriff wieso einer bin ich nicht so natürlich kein problem erholt sich den ball da war jetzt kann man sich schützt so gut schien nehmen und und so raus tun nehmann werde ich gut ich mache jetzt irgendein Mix klar warum lässt du nicht verändern da ausspielen ja klar der sieg ist in der tasche ich frage mich wie so viel verdienen so gut bewertet ich check das einfach nicht in meinen kopf rein 75 ist zu hoch ich meine stelle einfach ein baumstamm hin und er macht vielleicht durch abprallung ein tor aber fernanda und da kam niemand auch scheiße dann er läuft einfach durch nein er läuft einfach durch meine spieler kriegen einfach nicht was kannst er kommen wollen kann ja hast du noch ein sehr gut kommen ein konto jetzt 20 minuten vorab von mir manchmal kommen diese pässe so scheiße einfach nicht wie meiner vorstellung mann ich hatte so einen geilen plan wo deutschland scheiße was wirst du machen da lässt er den gegner aufsteigen tornie kommen mit feiern das ist noch eine viertelstunde zu sparen du bist so lieb was als ob ich nach hinten passen will was das für eine luke er schießt einfach nicht das gibt es das machst du für abseits bei den gästen wird jetzt wird abseits verarbeitet von person ganz komisch befindet der ganz merkwürdig er muss ganz wer der passt durchgekommen stattdessen abseits ab und zu sitzen ein neuliges Ergebnis bei Zukunfts besser wird nicht die 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 Fächer die Kanzel gelaufen Steine über die die Linie vorlesen und zeigt als drauf und meint ganz komische sachen die ich sagte ich habe gedacht er kommt nicht dran deswegen das ist ja wichtig wollte eigentlich den Ball abnehmen schade ähnlich war ein toll gemacht ist jetzt nicht da ist er aufmerksam und hat die beiden Klasse jetzt wird gefährlich oder gewinnt der Zweigart im Dorf Koppas genau von Persön das gibt's nicht kommt kommt immer ab ja nach unten jetzt kann es gefährlich werden ja halt doch nicht so wie hier war es so gut okay das verstehe ich jetzt nicht so gut was da so gut war das Problem ist und egal Prozent komisch m also vielleicht die Schmerz ich glaube es ist wie bei vollstößt ich stehe ich habe gar nicht danach geguckt mehr von Persönlichkeiten ja glaube ich auch doch 8 abwehrstabungen Abwehrbrook die bei mir wir haben 3 0 1 Leute die siehe ganz ganz geil für das über springen so das war's für den park würde ich sagen ein spiel ja ich gucke jetzt mal ob wir noch im kobe saison spielen werden ja falls dann werde ich halt hochladen leute ich wünsche euch noch einen schönen tag was ihr auch habt bleibt gesund genießt euer leben bis zum nächsten mal